So, liebe Freunde, willkommen zurück bei einer Runde Magic 2012, The Gathering, Duels of the Planeswalkers. Und zwar ist hier der neue Download-Content endlich da. Und ich habe auch schon die drei Decks freigeschaltet, zwar noch nicht komplett, aber dazu wollte ich euch jetzt nämlich ein paar Tacken sagen. Und wir schauen uns einfach mal die drei Decks an. Die ist hier so eine Gibt, das ist einmal ein reinschwarzes, das schaue ich mir jetzt hier gerade an. Und dieses reinschwarze, das heißt Grabgeflüster, glaube ich. Und das kombiniert eine Menge Abwurfkarten und mit solchen interessanten Karten hier. Mit den Questmarken auf dem Ding hin drauf, immer wenn wir Kreaturstück eine Questmarke drauflegen und dann am Ende von drei gestorben sind insgesamt, aber ist egal, was für eine eine 5-5-Kreaturen-Super-Spielstand. Streckbank ist auch eine alte Karte von dem alten Auge der Schatten-Deck aus dem Vorläufer von diesem Spiel. Wenn ihr das gespielt habt, kennt ihr die Streckbank und liebt sie auch. Als Gegner hasst ihr sie, aber ihr liebt sie. Das hier ist auch ein Innistrat. Das wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Ja, ein paar Verstärkungskarten, ein paar Direktschadensdinger, wo man auch Lebenspunkte regeneriert. Ja, das Dämonenhorn, das altbekannte irgendwie. Ich glaube, in fast jedem Deck gibt es diese Karten, wo man einen Lebenspunkt, wenn irgendjemand einen schwarzen Spielstein, äh, Kreaturenzauber wirkt. Äh, Zauber wirkt! Klingel des Schicksals, auch klassisch, dreimal vorhanden. Dann wieder hier Teil der Abwurfstrategie. Immer wenn ein Gegner eine Karte, äh, Abwurf 2 Lebenspunkte verlieren. Äh, Verluste im Moor, das ist glaube ich eine 2012er Karte in der Reihe. Ähm, da kriegt man einfach der Gegner minus, minus irgendwas und sowas. Das ist die neue Variante von dem alten Skelett, was es gab. Nämlich, äh, mit, mit, äh, aus dem Friedhof getappt ins Spiel zurückbringen. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Regeneration fand ich einen Tacken besser. Aber im Endeffekt kommt es aufs gleiche eigentlich hinaus. Außer, dass man, äh, hiermit auch quasi Futter liefern kann für seinen Questmarker. Dingsbums, 5, 5 Kreaturen Spielstein. Dann ein bisschen normales Fliegendes. Dann haben wir hier das typische, hier auch Abwurfkarte. Immer wenn ihr ins Spiel kommt, äh, verliert jeder Gegner eine Karte. Ja, Gedankens, äh, Gedankensetzung, das ist glaube ich nichts zu sagen. Ähm, hier der Unterweltstraumbaum. Ich sag, ich hab ja dazu Unterweltstraum immer gedacht. Aber das ist ein Unterweltstraum mit T. T wie, äh, Theodor oder so ähnlich. Ähm, auch klassisch Abwurfkarte, beziehungsweise keine Abwurfkarte. Wenn, wenn der eine Karte zieht, ein Schadenspunkt. Und das ist quasi, äh, ja, schön halt, ne? Hier, das Gespenst des Gouldras. Eine sehr coole Karte, eine etwas ältere, glaube ich. Und jedes Mal, wenn, äh, Kampfschaden hinzugefügt wirkt einem Spieler, muss dieser Spieler eine Karte abwerfen. Und wenn derjenige keine Karte mehr auf der Hand hat, kriegt der 3-3. Das ist doch mal eine tolle Karte. Dann haben wir hier noch eine Innistrad-Karte, nämlich, äh, Störende Unheiligen. Äh, zwei schwarze Zombie-Kreaturen-Spielschaden ins Spiel. Hat Rückblender auch. Das heißt, im Endeffekt kann man damit nahezu eigentlich vier. Außer die Rückblende ist nämlich saumäßig teuer mit sieben Mana. Saumäßig teuer, aber irgendwann hat man es auch. Den Aas fressenden Skeader, immer wenn der Kreatur stirbt, kann man eine 1-1 auf die Karte legen. Das ist ein bisschen mit, äh, mit den Skeletten am Anfang. Man kann quasi unendlich immer wieder, immer wieder wieder lassen kann. Kommen lassen kann. Dann kann man hier noch, äh, Leis... Leitstern. Ich habe mal Leisten der Unruhe. Nein, Leitstern der Unruhe. Ähm, auch wieder so eine, äh, Wiederbringen-Karte. Der Blutgaben-Dämon ist auch von Innistrad. Jeder, also ein Spieler zu Beginn zieht, ein Spieler deiner Wahl, eine Karte verliert Lebenspunkt. Das ist auch schön, ne? Da kann man quasi den Abwurffutter mit versorgen, damit auch derjenige Spieler immer wieder was abwerfen kann. Der Grab ist Titan, geiles Ding, Todesberührung, 6-6, also, ha. Ja, was will man mehr, ne? Immer wenn ihr ins Spiel kommt oder angreift, kommen zwei schwarze 2-2, kriegt Zombies ins Spiel. Und, äh, was will man mehr? Ja, Massaker-Wurm, auch saumäßig teuer, aber auch richtig geil. Eine 6-5er, mal keine 6-6er, wie aufregend. Und alle Kreaturen, die dann gegen Nutrullien minus 2, minus 2 bis zum Ende des Zuges. Und wenn der Kreatur stirbt, verließe ich wieder zwei Lebenspunkte. Das ist eine wunderbare Sache, gucken wir uns noch kurz an. Auch wieder mit Abwurfkarten, hier ein bisschen vollgestopft, dann Summkrankheit. Ach, ja, ich habe tausendmal zu Hause hier liegen. Ähm, der Kadaverreißer, den habe ich nicht zu Hause. Ne, den habe ich nicht, den habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte ihn, aber er ist doch nicht. Ist auch wieder, wenn er, wenn er Friedhof voll ist, ist, äh, umso stärker das Ding. Monomanie ist auch was Feines. Würft eine, das ist sogar eigentlich mit die beste Karte, Abwurfkarte, wenn der Gegner mehrere Karten hat, äh, auf der Hand hat, hat. Ne, 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 auf der Hand hat. Äh, alle bis auf eine abwerfen. Äh, klasse Ding. Klasse Ding, also man sieht da ein typisches Abwerfdeck. Ich bin mir auch unsicher, ob das eine Indus-Draht-Karte ist. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ähm, ja, klassisches Abwurfdeck. Ein bisschen stärker und das ist auch ein krasses Ding. Mann, 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 Mann. Ähm, Gedanken fangen. Wieder eine Karte abwerfen und so weiter und so fort. Und so weiter und so weiter. Alter Ekelbild und so. So, das war Grabsgeflüster. Ein klassisches, äh, ja, ein klassisches Abwurfdeck, würde man sagen. Dann gibt es noch, wo ist es, wie schön, dass das alles alphabetisch sortiert ist. Wahrscheinlich ist es alphabetisch sortiert und ich kriege es mit. Aura-Schöpfer, das, äh, genau, das haben wir auch richtig die Ladebild schon gerade gesehen. Das Achani oder Ajani oder, was weiß ich, was ich über das aussprechen will, Deck. Das, äh, hängt vor allem zusammen mit diesen Aura-Karten und hier diesem Totem-Beistand. Totem-Beistand sagt nämlich aus, dass eine Kreatur, beziehungsweise diese, äh, diese Verzauberung, wenn eine Kreatur Schaden erleidet, dass erst die Verzauberung quasi wie ein Schutzschild, wie regenerierend quasi, weggenommen wird und die Kreatur wird von dem Schaden bewahrt. Das kann man sich nicht aussuchen, das ist so. Und man kann sich nicht aussuchen, dass die Verzauberung doch dran bleibt und die Kreatur Schaden nimmt. Nein, es werden zuerst die Verzauberungen quasi abgesplittet. Und, ähm, das Deck braucht, äh, baut quasi drauf auf, indem es mehrere Karten hat, die mit diesem Aura-Verzauberungs-Kram zusammenhängen. Nämlich einmal entweder kriegen die was Stolles oder du kriegst was Tolles oder man kann seine Karte ziehen, ja gut, ein bisschen fliegende Kram. Dann haben wir hier, ähm, Rampelschaden und, äh, Hand bis Besitzers zurück und so ein Kram und alles mögliche. Und, äh, ja, sind halt haufenweise Aura-Verzauberungen dabei. Hier ist auch für eine Instrat-Karte, eine richtig coole vom Art-Cover her, vom Art-Work hier, vom Art-Cover. Äh, ja, auch wieder Anzahl der Kreaturen, kann auch im Friedhof wieder was Feines. Äh, Moment, deinem Friedhof oder ein Friedhof? Deinem Friedhof. Dann haben wir hier noch schützendes Blätterdach. Auch wieder hier, da ist es eine, äh, M12er-Karte, die habe ich auch mehrmals in meinem weißen Deck zu Hause. Also, mhm, das ist was Feines. Und, ja, hier haben wir auch wieder Verzauberungen, noch und noch und nöcher. Hier auch mit 2, 1, 1, Sub-Rolling, Kreaturen, Spielsteine drin und Krampelschaden, Krampelschaden, Tampelschaden und so weiter. Hier, das ist eine klassische Karte, die wollte ich sagen, mit plus 2, plus 2 für jede an sie angelegte Aura. Und immer wenn du an eine Aura-Karte wirkst, kannst du eine Karte ziehen. Das ist bei weitem nicht die erste, natürlich die Hasskarte Pazifismus auch dabei. Ähm, ja, Fluchsicher ist auch wieder mit dabei. Dann haben wir den Löwen hier noch ein bisschen Schaden. Das ist auch eine Innistrad-Karte. Ein Einschüchtern, auf einer weißen Karte ein Einschüchtern. Ähm, das hier ist auch eine Aura-Karte. Nämlich der Aura-Knurrer. Das ist ein total lustiges Bild, finde ich. Ich finde das sowieso süß, so putzig. Und ganz besonders 1, 1 für jede Aura im Spiel. Auch die, die der Gegner hat. Nicht nur man selber, nein, auch der Gegner. Und, ähm, Kreaturen, deren Stärke niedrig ist als die des Aura-Knurres, können die nicht blocken. Das Ding wird gefährlich, wenn man mehrere Karten draußen hat und ein paar Verzauberungen draußen hat, dann wird das Ding richtig, richtig imbar. Hier ist so wieder Totenbeistand. Äh, Verzauberungsdinger hier auch. Wenn du Verzauberungszauberspruch wirkst, kannst du eine Karte ziehen. Also alles so Karten, äh, Kartenziehdinger oder Verstärkungsdinger, wenn eine Verzauberung mit eingefügt, äh, mit, mit eingefügt wird. Und, ja, hast du auch Totenbeistand mit dabei. Und, äh, Karte ziehen immer, wenn der Gegner Schaden durch die Karte leidet. Äh, was haben wir noch hier? Ja, ja, auch wieder mit Spielsteinen und ansonsten war es das eigentlich großartig. Also es spielt sehr mit diesen Verzauberungsgedönsen und, äh, Kartenziehen, wenn man eine Verzauberung draußen hat oder wirkt oder was auch immer. Da kann man sich die Aura-Karten auch aussuchen und so weiter. Dann gucken wir kurz mal rein. In die Gesperrten, da habe ich noch nicht so viel freigeschaltet. Lebensverknüpfung, sehr praktisch. Eine Verzauberung, wo die Kreatur Lebensverknüpfung hat. Das ist praktisch, um einen verlorenen Lebensmuggil wiederzukriegen. Denn wofür auch sonst? Einfach so. So, was haben wir noch denn hier Schönes? Ähm, ach, den habe ich auch. Den habe ich auch, den süßen Wolf. Den fluchssicheren, heiligen Wolf. Ja, ja, ja. Aura-Karten aus dem Friedhof das Spiel zurück. Das ist doch auch was Feines. Da kriegt man sogar wieder die Aura-Karten. Dann haben wir hier noch so Epic-Dinger, wo man dann plus vier, plus vier Flugfähigkeit erst schlagt. Engel wird und blau und blau und blau. Und was haben wir noch? Ach, mythische Proportionen. Plus acht, plus acht und Trampelschaden. Meine Fresse. Ja, das ist typisch grün. Typisch grün. Auch hier, acht, acht, Trampelschaden. Ha! Huhu! Oh, da hier. Die Verzauberung der Kreatur ist acht, acht. Nicht kriegt plus acht, plus acht. Nein, 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 nein. Äh, ach Gott, wenn man das ins Ziel bringt. Och du liebe Güte, dann ein Spiel bringen kann man noch mehr davon. Mann, Mann, Mann. Vereinigung der Helden. Sieben Lebenspunkte. Langweilige Karte eigentlich, aber sie sind sieben Lebenspunkte. Dann haben wir hier noch wieder mit Trampelschaden und Lebenswiederpunkt. Das heißt, man sieht es hier ein bisschen Lebenspunktverknüpfung ist auch noch mit dabei. Und, äh, hier auch wieder Verzauberung aus dem Spiel. Wenn man Friedhof gelegt wird, kann man eine Karte ziehen. Da sieht man es, äh, quasi, wozu das Deck dann da ist. Karten ziehen und, äh, Verzauberung ausspielen. Dann das letzte Deck im Ganzen ist das Wolkenbruch-Deck. Das, äh, blau, äh, blau-rote. Ähm, ja, was ist das? Das ist ein bisschen, ja, ich würde sagen, das kombiniert ein bisschen Direktschadenskram. Durch diese Schockdinger und, ähm, ja. Solche, da sind einige Karten dabei, die Eile haben, Trampelschaden und, äh, die man dann opfern soll. Hier auch wieder Eile, Opfern, Trampelschaden und so weiter und so fort. Ähm, dann wieder Karten auf die, äh, zurückbringen. Also, das kombiniert ein bisschen den roten Direktschaden. Wie man es auch hier auch wieder sieht. Funkenzauberlehrding. Ich bin mir unsicher, ob das eine Innistrad-Karte ist. Ich weiß es gerade nicht. Ich bin mir unsicher. Kann sein, muss aber nicht. Was, wie auch immer. Also, es ist ein bisschen blau und fliegender Kram dabei. Ein bisschen, äh, rotes Direktschadenszeug. Und ein bisschen blau, ich mach mit deinen Karten, was ich will. Karten. Und hier auch wieder. Kommt runter. Riesenschaden. Und opfert mal wieder direkt wieder weg. Hier auch wieder. Kommt und geht direkt wieder. Ja, solche Karten sind öfters mal dabei. Und dann haben wir auch solche Dinger. Die Ge-Elektrode. Auch wieder mit Direktschadensding. Und was hier ganz lustig ist, wenn man einen Spontanzauber und Hexerei wirkt, kann man die Dinge, äh, kann man die wieder enttappen. Und dann kann man sie wieder tappen, um einen Schadenspunkt zu kriegen. Das heißt, damit kann man mehrmals Schadenspunkte verteilen, wenn man es klug anschellt. Und die Karten auf der Hand hat. Das ist natürlich das Wichsigste. Wichtigste. Dann haben wir hier noch die winzigen Dragonauten. Immer wenn eine Spontanzauber und Hexerei wirken, äh, gewirkt wird, erhalten die plus 2, 0. Also plus 2, plus 0 natürlich. Äh, ja, hier wieder da fliegend, da fliegend. Hier ist eine Multikolor-Karte, ist auch ein schönes. Die schön goldene Multikolore. Multikolore. Hier eine Kretumal nicht ausnahmsweise direkt geopfert wird. Das hier ist eine Innistrad-Karte. Das Gears-Duck-Kult ist. Auch wieder der rote Direktschaden. Der Direktschaden, der typisch verroht ist. Dann haben wir hier auch wieder, hier wird schon wieder auch was geopfert. Und, äh, macht eine 5-3er und wo ist auch Trampelschaden und so weiter und so fort. Ähm, Feuer der Vorhersehung auch wieder Direktschadensgedönse. Da allerdings kombiniert, dass man noch ein paar Karten durchsuchen kann. Und da mal hier wieder fliegendes Blaues und noch mehr fliegendes Blaues, was man auch ein bisschen verstärken kann. Ich finde das Deck eigentlich ganz nett. Und ich bin gespannt, äh, wenn man die ganzen anderen Karten freigestaltet hat. Ja, 5 Lebenspunkte wieder dazukriegen, ist auch ganz nett eigentlich. Dann hier wieder rote Direktschaden. Dann haben wir hier wieder fliegendes Blaues. Dann haben wir hier wieder fliegendes Blaues. Also fliegendes Blaues und rote Direktschaden. Das ist so das Hauptthema, äh, das Haupt, die Hauptthematik des 6. Die Karte wollte ich mal gucken. Ja, das haben wir hier wieder auch wieder fliegend mit, ah gut, das ist natürlich eine Mischfarbe. Äh, was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Hier haben wir auch wieder krasse Karten mit langen Namen und epischen Kosten und tollen Sachen. Bla, 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 bla. Sachen. Und so weiter. Elektropotenz. Immer wenn eine Kranne und dann, 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 das ist doch auch fein. Das ist doch auch was Feines. Also da hat man wieder rote Direktschaden. Roter, lustiger, feiner Direktschaden. Nachhall. Kopierer, einen Spontanzverbot an der Hexerei deiner Wahl. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Das ist gefährlich. Das gefährlich mit dem Direktschaden. Das ist natürlich für Direktschaden Sehr, sehr lustig und gefährlich Dann haben wir hier wieder Kreaturen minus, minus Dingsbums Also Minuskarten, dann haben wir hier Tappe alle anderen Kreaturen Das ist auch natürlich lustig Ah, der Donnerdrache Schön, Drachen sind immer gut So, also fliegendes Kram Direktschadens und blaue Karten Fliegend, die mischen deine Karten ordentlich durch Das sind die drei Decks, die es gibt Und jedes Deck hat auch noch Mehrere Karten quasi dazugekriegt Wenn man hier sieht, es sind nicht mal 16 Sondern es sind 20, wie zum Beispiel über Rot Gucke ich mal kurz rein, da weiß ich, dass ich es alle freigeschaltet habe Hier zum Beispiel diese vier Karten Kommen dazu Jeder Spieler kriegt vier Schadenspunkte Da kann nicht nur neutralisiert werden Jeder Spieler und jede Kreatur kriegt zwei Schadenspunkte Und enttappe alle Kreaturen, da halt du bis zum Ende Des Zuges die Kontrolle über sie Und da halt der Kreatur Blablabla So, man kriegt Man kriegt Eil und so weiter und so fort Sowas hat zum Beispiel Schwarz gekriegt Also jedes Deck hat nochmal vier Karten dazugekriegt Also von den Ich muss sagen, das ist wirklich mit mein Favorite Weil ich mag so Abwurfkarten-Dinger Was wollte ich jetzt gucken da? Gucken wir mal, was mein anderes schwarzes Lieblings-Deck Dazubekommen hat Das sieht doch schon nett aus Draner Blu-Topling der Kalastria Ach du Scheiße Okay, fliegt und Eieieiei Sehr nett, sehr, sehr nett Was haben wir hier noch? Blutiger Tauschhandel Cooles Bild Jeder Spieler auf hat zwei Kreaturen Wenn man keine hat, ist das natürlich was Feindes Oh, ein alter, bekannter Bluthillen-Ritualist Äh, ja gut Ist jetzt Abwurf-Ding Das Deck baut jetzt nicht auf Abwurfkarten auf Aber ist auch ganz nett Wenn man es mal hat Äh, immer wenn da schlechter Von Malekind ein Kreatur-Ding Okay, das ist auch was Feindes Manche Karten natürlich Wo alle Karten Äh, wo da jeder Gegner und so weiter drauf ist Ist natürlich darauf aufgelegt Äh, im Erzfeind-Modus gespielt zu werden Die, wenn man nämlich hier hat Hat man hier jeeeeee Jeeede Menge Erzfeind Oh, Jace, Jace und Jace Ach du Scheiße Haha Jace, Jace und Jace Oh, das wird ja zum Kotzen Oh, das wird noch Spaß Ähm, ja, ich werde auch Videos machen Äh, Videos wieder machen Von den neuen Herausforderungen Die drei, äh, vier Stück Wenn ich mir vorstellen darf Füttert die Maschine Der Wind bringt den Tod Und sie, die macht der Zerstörung Ähm, das kommt alles noch dazu Und, äh, ich denke Ich glaube ein ganzes Paar Äh, oh, den muss ich auch noch besiegen Den muss ich auch noch besiegen Ähm, ja Ne Das war's, äh, erstmal zu meinem ersten Video Hier von der neuen Magic 2012 Äh, Download-Content Lad's euch runter Ich find's gut Äh, es ist absolut nichts Falsches dran Und, äh, ich find's eine klasse Sache Bis zum nächsten Mal Wenn es, äh, wieder lustige Videos Mit eurem Backel gibt Und, äh, mit Kartenspaß Wir werfen uns die Karten Äh, durch den Kopf Und bis zum nächsten Mal Bis dahin Tschö, tschö Tschö, tschö, tschö